Hola Chicas y Chicos und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barbecue Med Neff. Ihr hört es schon, es wird spanisch und wir sehen hier die Schnittbilder, Leute. Oh, das wird ziemlich geil, denn wir machen heute eine absolut und fast authentische Paella Valenciana. Warum nur fast authentisch? Das fängt mit einer Sache schon an, denn wir benutzen keine Paella-Pfanne, sondern unsere große Gusseisenpfanne, wie wir das darin auf dem Gasgrill supergut hinbekommen. Seht ihr, nach einem richtig schönen Flamenco angehauchten Intro. Alright, liebe Leute, also es ist ein fast authentisches Rezept der Paella Valenciana. Und die Paella Valenciana ist übrigens die originale Paella. Es gibt keine Paella, die so original ist, wenn man über Paella spricht, wie die Paella Valenciana. Ich werde dieses Wort Palenciana heute noch sehr oft sagen, deswegen könnt ihr zu Hause einfach mal mit mir üben. Stellt euch mal alle hin, genau hier, du auch, der und die Kinder auch und jetzt alle mal zusammen. Paella Valenciana. Paella Valenciana. Paella Valenciana. Ja, sehr schön. Okay, also, natürlich macht man so eine Paella Valenciana in einer Paella-Pfanne. Und die Paella-Pfanne ist nicht nur die Pfanne, sondern auch im Wörterbuch, im spanischen Wörterbuch, sowohl die Pfanne selber als auch das Gericht der Paella. Da seht das schon Leute, deswegen, Puristas hassen diesen Trick. Wir haben natürlich keine Paella-Pfanne. Wir blenden hier mal eine ein, wie diese Dinge aussehen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die können bis zu, weil nicht mehrere Metern groß sein, für ganze Dorffeste. Wir haben hier unsere Gusspfanne. Denn wir müssen ja bei uns im deutschen Kleingarten auch gucken, wo wir irgendwie spanisch bleiben. Und da haben wir natürlich unseren Gasgrill und wir haben unsere Gusspfanne. Ist natürlich nicht original, funktioniert aber auch. Und das zeige ich euch heute einmal. Für die Leute, die sich jetzt fragen, yes, das ist die große Gusspfanne. Es gibt die auch noch in klein. Und ich habe die Pfanne zweimal eingebrannt, beziehungsweise ist das die, die hier eh immer gebraucht wird. Deswegen hat die auch schon eine ganz schöne Patina. Bevor wir jetzt zu den Purista-Zutaten kommen, gehen wir erstmal auf die No Senor, auf die No-Gos ein. Denn viele von euch kennen die Paella, so wie ich sie auch früher kennengelernt habe, als eine Mischung aus Fleisch und Seafood. Also da sind Garnelen drin und da ist irgendwie Rind drin und da sind Erbsen drin und alles mögliche. Ist aber nicht so. Denn die originale Paella Valenciana besteht aus diesen Zutaten und nur diesen Zutaten. Denn in die originale Paella Valenciana gehören so schöne Sachen, die ihr vielleicht cool finden würdet, eben nicht wie saftigste Garnelen. Paprika und Gemüse, No Senor. Leckerste Chorizo, Por qué no, aber auch weg. Last but not least ist so ein nicht ganz No-Go. Knoblauch ist in manchen Teilen von Valencia, in manchen Familienrezepten mit drin. Also Knoblauch darf bleiben, muss aber nicht. Jetzt wissen wir, was in so eine Purista-Paella, Valenciana, alles nicht reinkommen darf. Aber was darf denn eigentlich reinkommen? Natürlich die Sachen, die wir euch hier gleich zeigen. Aber als lokale kleine Abwandlung dürfen auch Ente, Schnecken. Mein Name ist Turbo. Ja, Leute, Schnecken sind da sehr en vogue in Valencia, in der Ecke. Und auch Leber rein. Das hier ist übrigens die Vorbereitungszeit eurer Paella. Und das hier ist die Zubereitungszeit eurer Paella. Die Zutaten seht ihr hier an der Seite und sie stehen auch nochmal unten drunter drin. Deswegen lasst uns direkt rein starten. Vamanos! Vale, fangen wir an mit unserem Miseum Plast des Gemüses. Und hier haben wir einmal die Brechbohnen. Bei uns heißen die Brechbohnen, in Spanien heißen die Baccioqueta. Und die findet man, Leute, in einem gut sortierten Supermarkt. Oder beim Türken, auch sehr cool. Ich habe die jetzt beim türkischen Supermarkt genommen. Das sind wirklich diese großen, flachen Bohnen. Das ist ziemlich simpel. Wir schneiden hier einfach die Enden einmal ab und schneiden die dann so. Ja, ich kann ja meine so schwer schätzen, aber ich denke mal so in 5 cm große Stücke. Ist ja alles rustikal, liebe Leute. Denn eine Paella ist ja kein Fine Dining. Im Gegensatz, kommen wir am Ende im Fazit auch nochmal zu. Das ist ein Gericht der Bauern. Okay, die Bohnen sind fertig. Dann haben wir hier noch diese dicken, weißen Bohnen. Ich glaube, in Griechenland heißen die Gigantes oder so. Hier heißen die Garafon. Das sind quasi dicke, weiße Bohnen. Und die nehmen wir, weil diese Bohnen nicht so viel Stärke haben. Denn der Reis hat ja schon unglaublich viel Stärke. Und wir wollen ja nicht, dass die Soße mega kompakt sämig wird. Deswegen nehmen die Spanier diese wunderschönen Böhmchen. So Leute, diese zwei schönen Dinger sind Artischocken. Viele kennen die nur aus dem Glas, da sind die ziemlich widerlich. Aber so eine gute, frische Artischock ist ziemlich geil. Wird in Spanien natürlich auch angebaut. Ist ja klar, man nimmt, was man da findet für die Paella. Und die zuzubereiten ist auch gar nicht so schwierig, wie viele glauben. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier, komm mal ran auf den Meter. Den Stiel schneiden wir ab. Dann halbieren wir das Ganze einmal. Das hier, liebe Leute, was so aussieht wie der Rest eures blonden Bartes im Haartrimmer, ist das Stroh der Artischock. Und das ist nicht essbar. Und das schälen wir hier einfach raus. Und dann ist das Ding eigentlich schon fast fertig. Das hier ist übrigens das Artischockenherz. Und dann ist die Artischocke fast bereit. Wir schneiden jetzt nur noch in mundgerechte Stücke. Ich habe jetzt nur eine halbe hier reingepackt. Wie gesagt, die Pfanne reicht so bis zu vier Personen. Wenn ihr absolute Artischocken-Lover seid und da kein Schock bekommen, wenn da zu viel drin ist, dann könnt ihr natürlich auch die Ganze reinpacken. Alright! Und Leute, ganz, ganz klassisch besteht die Paella aus Huhn und Kaninchen. Kaninchen ist bei uns relativ schwierig zu bekommen, wenn nicht gerade Saison ist. Kann man natürlich beim Metzger vorbestellen. Aus zwei Gründen habe ich es nicht. Erstens, ich habe es auf die Schnelle nicht bekommen. Und so Tiefkühlware wollte ich da nicht nehmen. Und zweitens, ich hatte mal einen Kanickel. Grüße gehen Posthum raus an Hoppel. Wie gesagt, wenn ihr kein Kaninchenfleisch bekommt oder es einfach nicht reinpacken wollt, dann nehmt einfach ein Stückchen mehr Hühnchen. Und das ist auch ganz klassisch. Ich nehme hier nämlich unser schönes Ragnar-Messer, weil wie gesagt, das hat ordentlich Gewicht. Da kann ich Hühnerknochen zerdeppern mit. Nehme ich die Beine und die Flügel. Denn auch Knochen geben natürlich beim Braten so ein bisschen Geschmack. Und es soll ja auch richtig rustikal sein. Also, geh weg, El Salmonello. Deswegen einmal richtig gut sauber machen mit Spiele oder halt desinfizieren. Sowohl Brett als auch Messer. Walle. Dann kommt jetzt der gemütliche Part. Und wir packen unsere Gusspfanne, unsere Fake-Pelljah-Pfanne Pelljah-de-Fake auf unser Seitenkochfeld hier beim Earl. Wenn ihr die Fritz-Serie habt, ist es natürlich das normale Seitenkochfeld. Und wir stellen das auf mittlere Hitze. Hier bei Earl reicht wahrscheinlich, weil der Brenner hat ein bisschen mehr KW, auch mittel bis kleine Hitze aus. Wenn die Pfanne langsam heiß wird, und wie gesagt, wir können ja hier gleich mal drauf gucken, auf wie hoch ich das jetzt gestellt habe, geben wir das Olivenöl rein. Und in einer echten Paella-Pfanne wird die Pfanne immer so ein bisschen angekippt. Das können wir hier mal sehen. Und man füllt das Öl auf, bis es hier den Rand berührt. Leute, unsere Gusspfanne hat natürlich einen weitaus höheren Rand. Wenn er das bis zum Rand auffüllt, dann können wir aber frittieren drin. Deshalb gebe ich hier wirklich so den Boden, dass der Boden bedeckt ist, einmal an spanischem Olivenöl rein. Wir wollen ja auch authentico bleiben, Leute. Wir warten jetzt kurz, bis das Öl ein bisschen heiß geworden ist. Es soll nicht richtig krass zischen. Also wir wollen nicht die härtesten Röstaromen dran packen. Wir wollen das langsam braten, denn das Huhn ist ja eine Weile drin. Deswegen nehmt doch einfach mal so ein Stück und guckt mal, ob es schon soweit ist. Wir hören mal. Für alle, die mit Öl arbeiten übrigens, das spritzt hier ganz schön, ist auch auf kleiner Hitze ziemlich, ziemlich heiß. Deswegen, wir hatten diesen Trick schon oft, hier einfach dieses Stöfchen von einem anderen Darfgrill oder eurem Campinggrill oder sonst wie, stellt ihr hier unten drauf. Habt ihr ein wenig mehr Abstand, das heißt, die Hitze reguliert sich ein bisschen. Das sieht aber schon ziemlich gut aus. Werd das Hühnchen jetzt einmal drehen und in einer echten Pahreerpfanne würden wir das auch alles jetzt an die Seite schieben und geben die Zutaten Art Schocke und die Moorbrechbohnen erst mal hier schön in die Mitte dazu und lassen die mit anröchten. Oh, riechtet hier schon valencianisch, liebe Leute. Und wir werden dieses Gericht jetzt, wie gesagt, so ein bisschen fächern. Also zum Anbraten kommt das immer in die Mitte und jetzt schieben wir auch das angegrillte Gemüse. Das haben wir jetzt, wie gesagt, so drei, vier, fünf Minuten angegrillt. Schieben wir hier so ein bisschen wieder zur Seite und jetzt kommen die Bohnen rein und ich werde jetzt nicht ganz Purista-mäßig ein klein bisschen Knoblauch in die Mitte reiben. Bisschen Salz kommt natürlich auch drauf. Leute, ich salze immer sehr weit von oben, weil ihr habt dann eine supergute Kontrolle darüber, was alles gesalzen wird. Wenn ihr runtergeht, dann habt ihr manchmal so ein bisschen punktuell von weit oben, besonders in so einer großen Pfanne, muy bueno. Leute, das riecht so geil. Das ist genau das, was wir wollen. Das brät hier unten so ein bisschen an. Also wir haben hier einen Brotensatz, der hier unten so ein bisschen anbackt. Und das sind die absoluten Aromen. Apropos absolute Aromen, jetzt kommt noch eine der wichtigsten Zutaten und zwar geräucherte Paprika oder Paprikapulver, spanisches Paprikapulver drauf. Und das sieht nicht nur viel, viel schöner aus von der Verpackung als unsere deutschen oder die ungarischen Paprikas, sondern es ist quasi auch geschmacklich komplett anders. Denn diese Paprika ist eigentlich eine Edelsüßpaprika, aber wird nicht in der Sonne getrocknet, sondern über Rauch getrocknet. Und deswegen hat dieses Paprikapulver ein unglaublich geil rauchiges Barbecue-Aroma. Aromen werden immer geiler. Guckt euch mal diesen Bodensatz hier an, Leute. Das ist purer Geschmack und den werden wir jetzt deglassieren und zwar mit Tomaten. Natürlich, wenn ihr in Spanien seid, nehmt ihr natürlich geile spanische Tomaten. Ich habe mich jetzt hier für gute Dosen-Tomaten entschieden, denn in Deutschland, die Tomaten haben jetzt nicht so mega Geschmack. Deswegen ausnahmsweise aus der Dose. Es blubbert jetzt wunderschön. Jetzt ist es an der Zeit, das aufzugießen. Der Boden ist deglassiert. Die Puristas nehmen nur Aqua, also nur Wasser. Wir nehmen jetzt hier einen leichten Hühnerfond, hat ein bisschen mehr Geschmack, ist, glaube ich, auch okay. Und natürlich hier unseren Safran, den wir in heißem Wasser aufgelöst haben. Vorher natürlich mit einem kleinen Trick im Alublättchen kurz über dem Brenner angeröstet, denn das gibt die vollen Aromen. Dann gibt er das in warmes oder heißes Wasser und dann löst sich direkt die Farbe. Gibt einen super geilen Geschmack und eine super geile Farbe in der Paella. Deswegen beides Rinder für. Leute, sieht das nicht geil aus? Guck mal ran hier. Heia! Aroma ist super und wir bleiben natürlich mediterran und packen noch ein wenig Rosmarin drauf. Das wächst da ja auch überall wie Unkraut. Ich glaube sogar in Spanien ist das Unkraut. Die Spanier haben es gut, ne? Ich hätte gerne mal so geiles Unkraut. Packen wir hier auch noch mit rein. Gibt super gutes Aroma. Das Letzte, was wir reinpacken, ist der Reis. Und das ist wirklich besonderer Reis. Das ist spanischer Bomba. Arrozobomba-Reis. Das ist ein Kurzkornreis und es ist auch wichtig, dass ihr diese Sorte nutzt. Ihr könnt da kein Basmati und kein Jasminreis reinballern. Das würde nur ausquellen und eklig werden. Das ist ein Reis, der gibt Stärke ab und behält den Biss. So ein bisschen wie ein Risottoreis, aber wie gesagt eine andere und spanische Sorte. Es ist jetzt essentiell wichtig, dass wir diesen Reis gleichmäßig rüber geben, weil wir werden das Gericht gleich nicht mehr viel anfassen. Deswegen habe ich mir das hier auf so einen Teller geschüttet einfach und werde das jetzt ganz vorsichtig hier drüber, damit der Reis wirklich gleichmäßig bleibt. Wir werden jetzt einmal den Reis und die Zutaten da drin fein justieren und das ist quasi das letzte Mal, dass wir die Paella anfassen. Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wird hier nichts dran häuschen. Jetzt können wir auch ein bisschen mehr Hitze geben. Jetzt kann das Ding ordentlich durchballern. Für die nächsten fünf Minuten schalten wir die Hitze auf jeden Fall auf mittel bis hoch. So liebe Leute, jetzt beginnt der spaßige Teil und der Garprozess. Wir können warten. Zehn Minuten lassen wir das jetzt auf kleiner Flamme, dann schalten wir es für fünf Minuten hoch und die letzten ein, zwei Minuten sind dann die entscheidenden. Da erzähle ich euch gleich was zu, denn wie gesagt, dieser Reis dauert circa zwischen zwölf und 15 Minuten, der Bomberreis. Also perfekte Zeit, den richtig schön quellen zu lassen und im besten Fall verpüfft der Rest der Flüssigkeit. Der Reis hat richtig schön die restliche Flüssigkeit aufgenommen und wir haben kein suppiges, sondern ein perfektes Reisgericht. A few moments later. Paella Valenciana. Die sagen ja lieber nicht, dass wir heute Paella Valenciana machen. Paella Valenciana. Paella Valenciana. Liebe Leute, es ist fast soweit. Wir sind mit knapp 15 Minuten durch und schaut hier bitte einmal rein. Genauso will ich es haben. Hier kommen wir ran auf Meter. Hier an der Ecke sieht man es noch. Das sind die letzte Flüssigkeit, die vom Reis noch nicht absorbiert ist. Es blubbert schön. Der Reis ist aufgegangen, hat die Flüssigkeit aufgesogen und der Geruch ist einfach unglaublich geil. Das, was wir jetzt noch machen, beziehungsweise eigentlich könnte man es runternehmen, aber halt! Halt, stopp! Das wäre nicht original Paella Valenciana, denn wir müssen noch El Socarat machen. Und El Socarat ist das, was man ganz zum Schluss tut. Wir wollen, dass unten der Reis so ein klein bisschen anbrennt. Leute, das ist der geilste Part überhaupt. Man kann das dann so abkratzen und hat dann so ein crunchy Reis unten dran. Sehr, sehr geil. Sehr lecker. Das heißt, wir stellen hier, weil wir ja jetzt eine Infrarot-Keramikzone haben, wir stellen hier einfach auf klein, beziehungsweise mittel und ich entferne einfach nur dieses, unser Hilfsstöfchen und stelle jetzt die Pfanne hier drauf. Das heißt, wir sind viel näher jetzt nochmal am Rost, an der Flamme dran und jetzt wird da ordentlich nochmal unten drunter geburnt. Wie gesagt, nur eine Minute, es soll ja nicht schwarz werden, sondern es soll richtig schön unten ansipptschen. Und wenn wir dann fertig sind, nehmen wir die Pfanne traditionell vom Feuer, stellen sie auf den Boden oder stellen sie quasi auf ein Brett oder weg. Das heißt dann Altera. Dann warten wir noch ein, zwei Minütchen und dann sind wir ready. Ah, finalmente. Paella Altera. Finito. Kommt mal ran, hört euch das mal an, nehmt mal ein paar Impressionen wahr. Ich halte mal mein Mikro ran und ihr fahrt hier einfach mal über diese wunderschöne Paella drüber. Gegessen, liebe Leute, wird natürlich aus der Pfanne, da werde ich jetzt nicht anrichten, denn jeder nimmt sich einfach einen Löffel und verteidigt seine Seite. Wie man es noch präsentieren kann, ist mit ein bisschen Zitrone, was auf jeden Fall wieder ein No-Go, ein No-Senior ist, ist jetzt den Zitronensaft drüber zu drizzeln. Das machen wir nicht. Ich habe jetzt hier nicht nur ein Bio, sondern eine Demetare Zitrone, unbehandelt. Und die schneiden wir einfach auf und setzen die hier einfach an die Seite. von Präsentationszwecken her. So eine Paella ist halt echt immer ein Highlight, besonders auf dem Grill, weil, ja, über so einer Feuerstelle natürlich auch, aber auch auf dem Grill weiß man nie so genau, wie wird es jetzt, ist der Reis wirklich perfekt, ist er ein bisschen zu weich oder ist er irgendwie noch hart oder, ach, oben lag noch so ein Körnchen, das habe ich nicht erwischt, oh, jetzt beiße ich drauf rum. Also, will nicht lügen, es dauert ein paar Mal, bis man das wirklich drauf hat, aber so eine Paella ist besonders für Familien oder feste, unglaublich, unglaublich geil. Klassisch übrigens in Valencia und der Umgebung wird das auf Orangenholz gemacht, weil natürlich der absolute Exportschlager, jeder kennt es, glaube ich, seit der Valensiner Werbung, Orangen aus Valencia ist halt der Exportschlager. Ich habe ja vorhin auch gesagt, das ist ein Bauernrezept, wirklich ein armer Läuteressen damals gewesen, deswegen auch alles, was man da hatte. Hühner liefen da rum, man hat mal einen Karnickel geknüppelt und Reis wächst da an, Rosmarin ist da, also man hat da eigentlich alles da, was man braucht, um diese klassische puristische Paella bei der Fianna zu machen. Wie gesagt, macht es zu Hause nach, es ist unglaublich geil. Es ist simpel und unglaublich lecker. Besonders der Socorrat, es wirklich sieht schwarz aus, aber es ist mega crispy, ist der beste Teil. Wir haben die Aromen, die sie verbinden, der Reis ist unglaublich lecker und saugt alles auf. Rosmarin schmeckt man und ich bin ja auch ganz großer Artischocken-Fan. Da übrigens, Leute, ich habe das jetzt ziemlich grob geschnitten. Natürlich kann man die lilanen Blätter nicht mitessen, sondern nur das Unten und das Herz. Ich zuziehe das dann immer ganz gern aus und lege das am Rand. Wenn ihr es nicht möchtet, schneidet da einfach die Hälfte weg, dass die Blätter nicht dran sind und ihr benutzt nur das Herz. Und bevor ich euch ins Wochenende entlasse, wir waren jetzt so puristisch und haben wirklich nix reingemacht, was da nicht reingehört, obwohl ich persönlich ganz gerne mal eine Gamba hätte. Leute, ich nehme mir hier Puristas Hassend diesen Trick. Oh Gott! Einfach noch einen Schlapp Aioli. Aioli geht immer und zu allem. Wenn er mal ein gutes Rezept braucht, blende ich hier oben mal ein. Macht's gut. Euer Federico. Achso, jetzt alle nochmal. Paella Valenciana. Ich bin stolz auf euch. Mäli geht nicht. Hi. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe. schuldigung ich suche noch kaninchen habt ihr kaninchen gesehen